Der Fighter 50 One von AGM Motors. Der powervolle Zweitakter. Die 25 kmh Mofa-Version können Sie sogar ohne Führerschein fahren, wenn Sie vor dem 1.4.65 geboren sind. Der verlängerte Rahmen garantiert auch für größere Fahrer genügend Beinfreiheit. Die umfangreiche Serienausstattung besticht durch absolut hochwertige Komponenten, wie etwa die lackierten 12 Zoll Alufelgen mit Sportreifen. Auch die Zweikolben-Scheibenbremse bietet dank der Stahlflex-Bremsleitung höchste Sicherheitsstandards. Ebenfalls serienmäßig ist der Edelstahl-Sportauspuff, das Staufach unter der Sitzbank, sowie ein Elektro- und Kickstarter. Die Carboneinlagen im Cockpit beherbergen neben Tacho und Tankanzeige auch eine Digitaluhr. Holen Sie sich Ihren persönlichen Fighter, entweder in rot-schwarz oder gelb-schwarz. Das ist der Fighter 50 One auf einen Blick.